Hey Leute, schon vom Follow Me Around gehört? Noch nicht? Dann wird's höchste Zeit. Beim Follow Me Around zeigt ihr den Karate-Gelerinnen und Karate-Gelern aus der ganzen Diözese euren Jugendraum. Dreht dazu einfach einen kurzen Follow Me Around Clip, also ein kurzes Video von 10 bis 100 Sekunden. Nehmt dazu doch einfach euer Handy. Zeigt uns, was euch an eurem Jugendraum besonders gut gefällt oder was ihr in ihm Tolles erlebt. Wenn Personen im Video zu sehen sind, denkt bitte an die Bildrechte. Schickt das Video dann einfach per WhatsApp an den Karate-G-Tracken. Er wird das Video unter dem Account der Karate-Gerottenburg-Stuttgart auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und Snapchat teilen. So zeigt ihr allen, wie toll euer Jugendraum ist und könnt euch von anderen Jugendräumen inspirieren lassen. Wir freuen uns auf euer Video. Wir freuen uns auf euch.